Du hattest ihn nicht, wenn er jetzt einer verriebt hat. Pepsen! Du musst ja nicht immer die Boys-Craft da draus. Das ist irgendein dicker Boss dabei. Die bringen zwar XP, aber... Du kannst schnell Missionen auch nehmen. Das ist super schade, hast du gerade an der Key gemacht? Was wie? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich hab schon das nächste Schwert. Ich hab schon das nächste Schwert. Alle, was das? Fanatik, Schmissgott. Ja. Abenteuer starten. Jetzt geht's ab. Nein. Doch, was ich krieg? Ich hab's bei der Bohrmaschine einen Schaden macht. Hä? Schadenden Bohrmaschinen. Mit was? Mit... 1.75m, wenn ich nah bin 1.75m. Ja, ich mach auch eine Sitz. Komm schon los. Hey, musst du ihn... So, halt! Du hast gemacht Double Jump, ja. Da gehst du mal aufreißen. Ich kriege ein paar Tokens. Was bringt mir das? Kannst du auch mal beim Sniper Dimitrov oder wie der Herr ist dann abgewischt. Und von dem 21 bespricht du sie entgangen. Irgendwas geiles drin. Ich greife auf einen gefallenen Terminalzug. Gelötenet! Wow! So, okay. Wir kennen nur Titan, der rote War-Spieler, Bock. Jetzt hast du gerade die Nerven-Mission auch genommen. Ah, ey, was muss ich machen? Wie mach ich das? Mach du grad schon. Mach du grad schon. Nusch einfach nur Leitunggase und dann die... ...palme Sprachfragmente aufleisen. Komm und so, oder? Geht mal, ist die Stimme weg wieder. Schön Loot abgerasen. Aber... Wo ist die Kisch? Komm. Sehe ich ihn oben drauf. Sehe ich ihn oben drauf. Falsch seid, ja. So, hinten. Sehe ich ihn oben drauf. So, hab's eh. So, sprachfragmente aufnehmen, dann war die Mission auch hinterher fertig. Hinter dem Ding, ne? Hinter der Barrikade im Raketenwerper. Gdunk! 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 Normalerweise ladet er so lang los. Oh, das ist geil. Oh, du ist ein dicker! Gdunk! Und er ist schon tot. Wir haben gar kein gut, wenn wir nicht einmal durchgeschossen. Oh, wir machen uns das Schuss. Komm, 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 komm! Wohne! Das ist sauerlich. Zwei Sekunde! Ah und es war so! Wie war dein Schuss? Das ist sauerlich! Weil das ist, wie... Oh, ist es sonst gerade so! Aber hier müssen doch etwas sagen. Das ist einfach... Jetzt? Jetzt? Was jetzt? Wieder Nuff oder so? Was hat ein Nuff gemacht? Ich hab mal eins, wie die Wäsche beziehen Wenn ich noch den Nuff vergessen möchte Ja Sache halt noch dringend Bäh? Guuuut Ich hab nur eins gerät Ich hab nur eins gepackt Oh 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 Ich glaube du kannst dich einfach so wiederbeleben oder? Respawn Ja Ja Chabal Versorgungsdepots Was das ist oder was? Ja Ich weiß schon Eventuell Das Nublicht funzt noch Aber der Rest hat schon lange seinen Geist aufgegeben Wie viele Leute wo nach dem Untergang entkommen sind Ja Ja Hier ist ein Kabal Versorgungsdepot Ich hab da jetzt auch 100% Hast du da schon alle Quests abgeschlossen auf der Map? Also Herausforderungen Ja Ja Die alte Stingebärer oder? Äh ich A das weh wolltest Oh du Hinnleid Oh du Hinnleid So eine Unrüstung Jawoll Passiv in einer Barille Oh oh Hupsi Ja 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 Geil Ich bin nur Rindlarven Geist und Trittellen Sammelfieber Ja die Stimme zu wieder Keine Falle ist zu klein Keine Kabal zu groß Hm Oh Oh bei einer Dose So und so All abtatten Wenn wir das in der Durchlauf Ach, guck mal, da können wir jetzt was schön platzen. Oh, man, das ist ja nicht so gut, das ist ja nicht so gut. Da ist ein Loch. Fangen die Löcher was? Kann man da jetzt nennen, oder? Weiß nicht. Weiß nicht, wo ist das Land? Bremn wir noch. Wobei sie drauf. Da ist nix drin. Leute. Servus. Schön teleporten. Wie, da ist nix drin. ETC-Token. Geil, ey. Hol ein Munitionskästchen runter. Was ist das für Patrouille? Was denn? Oh. Kannst eigentlich ja immer der Granate schmeißen. Das ist Kuh. Wir hatten nur halb ihrer Kuh da. Für alle. Und die Boys da sind. Die Boys sind direkt neben dem Samurai. Ah. Das da. Oh. Ja. Oh nein, das ist das gar nicht. Das kommt echt in 5 Minuten. Oh, das ist ja. Komm von hier. Geht's in langen Tür? Kann jetzt gehen. Ja, richtig. Geht's bei dir? Ja. Das Auto platzt nicht so schnell. Meins. Meins. Das ist qualm. Oh, oh, oh. Das ist richtig raus von. Oh, oh, oh. Komm jetzt halt dick und dann können wir einfach auf die Fässer schießen, wo sie hingelaufen sind. Und platzen alle. Geil. Tricken wir Doppel A oder Doppel D. Geil, oder? Ja. Ich denke, die sind so schlauen Latze das Ding. Naja. Bam. Ist eigentlich saumächtig irgendwie. Oh. Oh. Wie kann man sehen, wie weit man mit der Herausforderung ist? Manchmal geht's, manchmal nicht. 70 Prozent. Tja. 8 Prozent. Wie viel? 8. Jo, 8, ja. Ich glaube, du brauchst schon nicht mehr schießen. Geil. Weil Monster müsste 50 Prozent sein. Ich glaube, es zählt nur, wenn das Last Hitsch. Oh. So, vor allem, es gibt einen. Oh. Oh. Hehehe. Oh, Gott. Nehmen wir uns. Upsiii. Oh. Oh! Ähm, ich hab so Kugel auf den Kopf geschmiss, okay? Ah, fertig. Hä? Na, jetzt kann ich wieder Videospiel. Nein. Wo? Abgeschlossen, jetzt kann ich wieder in die Stadt teleportieren. Helf auf den, äh, Ostland-Reise, fertig. Oh, was für ein hübscher Haufen Glimmer. Halte sie fahrschwürdig. Du kommst so abhattig wie Lila in die Muni raus. Ja? Ja. Kommt immer wieder. So direkt hinter mir. Los. Was? Ja. Was? Ich hab' die Basen gebännen. Ich hab' die Päuser in den Haufen. Ich hab' die Terrasen. Ich hab' die... Ob wir die Rot jetzt durch den Machen können. Die Red-Ward-Dingens, oder was? Oh, aber nicht reißen halt nur. Ja, irgendwie. Ich muss grad grad so zum, äh... Ja. Wo ist das? Ich hab' die... Werge nicht steh' ich. Ja. Äh, hat immer... Er hat immer was mit mir gefordert, oder? Ich hab' die Token abgegeben. So ich bin irgendwann der... Der Level 20, der Super-Ballone. Ja. Äh, ich geb' ich damit sie. EDC-Rewards. EDC-Token. Jawohl. Naja. Oh, das ist ein Panzer. Ah, und das kann ich dann auf irgendeine Waffe aufwenden, oder was? Oder... Hast du schon das Ding auf... Hä, das ist ja echt ein Panzer. Hier. Das kann man hier ausfällen, und dann... Bam! Das ist nett, weil das ist dann... Du kannst doch bei dem Sachen warten, oder die sind doch nicht so prickelnd. Alter, geil! Boah! Boah! Baaah! Alter, jetzt muss ich mal drauf. Dann werden wir nicht noch ein Event machen. Oh ja, der Schlamm ist wieder da. Hahaha. Alter, da kann man einfach hier und her die ganze Zeit. Kann ich ja irgendwo Zeit verkaufen? Alter, bin ich sau schnell! Achso, das hat nur ein Boost. Kannst du einfach, wenn du fliegest, die Sache, wenn du... Das, was du nicht brauchst, lang auf F drücken, wenn du mit der Maus drüber bist. Dann zerleht das voll alle. Ist Mantel, ne? Ja, genau. Das ist ein geiler Apparat. Boah, das ist... Das ist jetzt das Bernhard, du dir vorhin gesagt hast. Oder wie es geht. Angeblich. Ich bin halt Deutscher... Was glaubt das, das Mantel? Ja, meistens tun einfach die... komische Waffel. Die haben irgendeinen Namen sogar. Ich weiß nicht, wie es ist. Das ist dein Geld dann. Was sagst du denn? Wenn du an der blauen Zelle hast, hat das dann gezählt, krieg ich sogar Waffentäler dann. Okay. Hab ich aber noch nicht so weit. Ja, jetzt hab ich ihn gesagt. Ja, jetzt geht's schade. Ja, jetzt geht's schade. Ja, jetzt geht's schade. Wann ich doch mit dem Auto? Ja. Nein, mit dem Auto. Wann hin, ne? Ja, dann... Da kommen wir mit dem Raketen einfach nicht. Oh, warum muss das jetzt das Event sein? Ich will das Auto nochmal ausprobieren. Was gibt's da nicht? Eih, sonst kann ich das doch später wieder nehmen. Ich bin nicht weg. Ohhhh! Super, wie viel Charte muss man da machen? Gibt's da noch irgendwelche Events? Da kommen dann halt irgendeine... Digger Posten und... ...wir einfach rumgasen. Hab ich jetzt was? Ich hab' keine Baffgritte. Oh ja. Oh ja. Oh ja, da ist er auch schon. Da ist er auch schon? Wer da? Ja. Oh, ne, das ist das. Nee, das ist das. Ja. Was ist das? Das ist saumächtig. Was machst du? Weil jetzt klick's mir noch andere Spieler. Alter, du sind so viel. Au, besiege deinen Feuerlippe. Ja, der... Geht eineinhalb Minuten. Ja, der... Der was Kugel. Ja, dann müssen nur deine müssen erlatzen, dann war's das. Aber... Au. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, der hat... Alter, der hat... Ich hab' leider vier Raketewerfer mehr. Klingt, aber es macht nur 500 Schaate statt 3000 bei anderen. Macht der Waffe zufällig 91? Bis gerade mit dem Raketewerfer. Naja, 80, 74... Sowas. 83, 88, 99... Oh, boah! Wahrscheinlich. Oh, ne. Fack mal nicht, total zu viel aus. Ja, hab ich gerade gemacht. Alles, was weiß und grün ist, kannst du zerlebern und das nicht brauchst. Gas drauf. Wir haben doch immer noch ziemlich viel Zeit, ne? Gasen muss. Ich gasen ins Gesicht. Wie geil. Holt dich, hol dich, hol dich. Oh, hier. Probieren wir uns da und das... 3 Sekunden. Gasen ins Gesicht. Oh. Trig Stoff. Hier blieben alle. Ja. Ja. Wo ist er? Ja, gut. Oh, ja. Wie ist er? Wie ist er da hin? Wir sind auch noch ein Bus. So, da ist die Droh. Okay, Devrim. Wir haben den großen Besessenen erwischt. Oh, ich hab immer noch kein Raketewerfer verzeiht. Nein, das ist euren Sieg. Nein, das ist euren Sieg. HeFF. Wo ist der auch noch hin? Oh, der Runde. Oh, Bernard. Alter. Jetzt ist er da. Uhhh. Oh, da war nix drin. War da einfach nur Klima drin? Ja. Oh, zappel. Nimm's mit. Was denn jetzt? Oh, das Spiel ist einfach Zugang. Hallo? Ja. Ich bin klasse bei dir. Ich fand gut zu gehen. Hast du GTX 1080? GTX 1080? Nein, es hat mir nix, nein. Das tut doch jetzt keinerlei. Dass du so veralte die Karte hast. Naja, ich hab leider keine GTX 1080. Leider? Veralte die Karte. Na, ich hab leider... Verbessere. Naja, da hast du die. Ich hab du nicht, äh, Alternative. Nein, 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 nein. Nein, das heißt, die leider nicht, die heißt, äh... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt an derischen sagen. Ja, halten ist halt... Geldverschwendung sag ich mal, aber... Halten? Nein, 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 ich hab andere. Dann hast du, glaub ich, das grosses Problem. Ähm... Warum? Hallo? GDX 970 hab ich, ja. Ist das gut? Hallo? Das ist gut, wenn heute das Jahr 2000C ist. Hallo, Bernhard. Hallo? Du weißt nicht, wo ich. Äh... Herausforderungen? Wo ist meine Belohnung? Immerbrecher? Gibt's keine. Doch? Wo? Wie? Es geht gar nicht. Oh, ich sehe schon Snicks. Geh mal durch. Wie? Endlich mal so ein Event. Sind wir schon in den drei Gruppen jetzt da? Sind wir drin. Nein. 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 Dann mach ich nur noch kurz... Du warst die ganze Zeit da mit dem Honor-Tip, wo du dazukommst. Die Boys ab, wo du rumrenn. Können wir machen. Schön farmen. Schön alles mit Nachkampfangriffe ab Gas. Du! Nein. Dann sind wir rein. Du! Du! Ich komm alles mit Gas. Was ist das... Du! 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 Und... Du! Du. Du! 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 egal was für event kommt es ist immer ja entweder du wirst vom au kontinuierlich angepisst ja oder es kommen drei gräse ja du hast nur 9 und 10 und zwei gräse der dabei jetzt auch wieder zander aber war aua achtung an alle crew mitglieder heran nahm das gefallenen schiff mit erhöhten ätherwerten gleich zwei dicke boys dabei das ist ja witzig hopp loot her oh alter einfach in dir auf die gefangenen werden durch diesen servitor genera das sind schlechte neuigkeiten halte sie auf die ganze stimmung und was hat die kleine werte wurde also unabfallend ja ja du bist ein bisschen leuchten du hast immer Rüstungsdäle oder irgendwie wach drin manchmal boys der der war nicht du so soll ich mal jetzt durch die anderen herzugehen ja ich kann deine rote war dinge statter war deles ja ich hatte wie ich noch wir sind ja ich habe ja schon mal aber auf starten drück geht es los da kann ich nichts mehr machen geht nichts mehr aus Das ist das auch nicht geplatzt ja sehr roh hallo was los o warum weil er sich aufs heroisch ist ich habe die schriftzung gesehen Alter, ist das dein Schiff? Ne oder? Wow! Wir haben genau dasselbe. Wie geht der denn ne komische Fallbegleiter? Übrigens krieg ich ja bei Level 20 so ein geiles Bike mit dem auf dem Map rumfahren kann ich. Kriegst du es ja immer wieder, wann es kaputt geht? Ja ja ja, kannst du einfach rufen. Hm. So wie Gaul rufen. Aber man muss es nicht pippen. Ja, bitte was geht? Nothangen! Muss man es noch tanken? Nein. Ah nicht. Ah nicht. Ah nicht. Klasse Leistung. Echt hervorragend. Nehmt das Gefallene. Dank der Servitor haben fühlende Maschinen einen miesen Ruf. Tut mir leid, das ist unmöglich. Uiuiui. Direkt nur ne Gubst. Wir gehen einfach so direkt zu dem Muster rechtes. Glaub ich das anhatte. Das und das ist das. Wo er im Loch unter ist. Das macht Spaß, mein lieber Mann. Macht das Spaß. Ich fühlte das an, wenn ich wüsst, wo du bist. Aber ich sah zu dem anderen. Warte. Warte. Oh. Oh. Tsunami. Oh. 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 Das ist das Endste, was ich mich am Wallops abharte. Oh. Was denn? Oh. Oh. Ja. Hanse, ist denn da ne Scheißdinger nicht genug gefunden, weil er so langsam fliegt? Ich Hanse Oh oh Ich komm zu dir, der eine Boy hat sich dort zum Krieg gestellt Ich verleer es nicht mal Ja du machst arg, ja ist ok, dann brauche ich dich drüben Oh der nach draußen liegt Oh shit Oh shit Oh shit War dein Kreis fertig? Ja Irgendwo ist noch einer Ja Ja ja, top Ich bin gespannt Oh no! Oh 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 Danke Boah Was ist ein Dippel Ich weiß gar nicht von was Lob ist irgend so Flieger Lob Oh Hallo Ja ja Du bist auch in der Ich weiß gar nicht mehr Ich weiß gar nicht mehr Oh 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 Alter Hallo Säule vernichtet! Wie schmeckt euch das? Fertig. Anorganische Netzwerkwesen haben die WEX keinen Verdauungstrakt. Oh, legendärer Sengramm raus, komm! Verschluckt euch dran, ihr anorganischen Netzwerkwesen! Alter! So hart duschen, warum rennen die fort? Sollte sie tot bleiben, die fieste ich jetzt. Die sind verschwunden. Ähm... Supercharts! Ah, das mal wieder, das mal wieder ins Fort. Wann geht's los? Reise zu neuem Ort. Ja, Jonas, wann geht's denn bei dir endlich mal los? Das gibt's doch gar nicht. Ja, wann Schneeschwurmunterhaltung noch Geld hat. Die schaffen einfach nichts, das gibt's doch nicht. Ja, die lassen einfach nur Geld schön aufs Konto prasseln. Beim nächsten Patchstab hast du dein Geld vielleicht gerietern. Ja. Ich denk's, er hat halt gestanden, so zwei bis drei da Wartezeit. Im schlimmsten Fall. Und das steht halt bei ganz viel Sache. Und du hast trotzdem nur eine Minute oder so. Da hab ich mal gedenkt, wo alle? Oh, weißt du, ja? Das ist der sogenannte Ritter. Erdbock. Ja. Also langsam glaub ich dir an das Erdbomenten in der Zweidleiter. Ich bin ziemlich eklig eigentlich. Ja. Abeldeutschen werde ich schon längst angerufen. Ja, du. G'scampt. Wichser. Die Gefallenen bringen ihre Waffenkammer her. Schon wieder. Man sollte meinen, sie wüssten es mittlerweile besser. Ich erwarte besser, dass du nicht von der Map katapultiert wirst, während die Kugeln kommen. Dann erteile ihnen eine Lektion. Das sind wir schon dreifel. Kann ich im Moment einfach hochhubsen? Hast du jetzt beide genommen? Ja, oder? Du kriegst ja auch beide. Ah, okay. Ich hoffe, dass das Ding noch da landet. Kann ich auch kurz gucken, weil ich bin noch nicht so schnell. Ja, ja. Das ist aber sowieso andere wie ich wahrscheinlich. Da hast du auch die Glenumbra, wie du da hälst. Glenumbra DSM. Granatwerte. Wow. Warte mal. Ich hab was Neues zum Spuren. Boah, Alter. Die will ich mal verbiere da. Die wird witzig, glaube ich. Oh, sehr gut. Hi, hallo. Ich meine neue Richtung oder nicht? Ja. 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 Das ist leider Visier. Das ist leider Visier. Was das ist? Das ist leider Visier. Das ist leider Visier. Ah, ja. Und durchs Musierguch werden sie rot. Normal sind sie halt, ja. Normal. Ja. 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 Joapp, ja. Ja. In meiner Prairie. Die Eier kann doch nichts gesessen. Nein. Das ist aber am liebsten. Was für die? Wie fährt sie dann? Kannst du so schnell abgasen? Sieht wie ein Glock. Wie ein Glock. Ein äußerst erfolgreicher Abgang, wie ich ihn mittlerweile von dir gewohnt bin. Gut gemacht. Ich glaube steht nochmal so von deiner Karte Karte, weil die an dich ja nicht funktioniert. Karte? Was war Karte? Ich mach hier, ich bin die Drohse. Achso. Ja, aber... Bring die scheiß Droh, die bringen doch einen Null, oder? Die, die... ja wenn EDC Torgens drin sind. Was bringt denn EDC Torgens? Kannst du dann beim... Sergei Barbarov... ...der oben im Turm abgeben? Ja. Ja, das ist PC. Aber es geht ohne drunter weiter, oder so? Hm. Ja, ohne. Ja. Ja, ohne. Ja oder eben ohne drunter... Ja, ohne. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich spielte einen noch, zene. Ja, ich spielte einen Null auch mal hin. Ich spielte den Null auch mal hin, ich spielte den Null. Ja, ich spielte den Null auch mal hin. Ich spielte den Null. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sonnet hoch. Nee, ich hab nicht verlaufen. Ich bin mal kurz in der Fahrt. ähm nur nachgefallen oder was? ja, aber ähh viel abgeschlossen, jetzt kommst du wieder hin ja, sehr gut ähm eigentlich irgendwo Loot, gehst du? aber wenn du doch in Digga latscht, gibts doch Loot da ist die Light gescammt no power ammo, schade bum bum bau ich muss ja wohl nicht erwähnen, dass ich die ganze Lieferung zurück in Fanschurch geschickt habe wo gibt's die dumme Karte nochmal? ja ja wo gibt's die nochmal? ich weiß nicht hm 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 was esse eigentlich? mein Bock auf esse doch weil k hm 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 7 Das war's. Das brauch ich doch, Schatzkarte. Ja. Aber... Nein, nein, Schatzkarten nicht, das andere. Boah, da muss ich mich wohl. Ja, die kann schon trotzdem... Ja, die kann schon trotzdem... Schatzkarte-Curve. Im Guide steht, dass man die mit 260 machen soll. Die Schatzkarte. Wenn ich die zu nack, macht aber nix. Na. Markiert da auf der Map, wo die Schatz sind. Super, ich hab da jetzt ein Buff vor vier Stunden. Und wenn ich jetzt noch eins erwähne, geht dann der Honor weg. Wenn ja. Wann schon aus. Wann schon aus dann? Jo. Oh, nice hier. Äh... Ja, Bennett. Halt g'sihe, ich hab mein Knaller ab's geschmissen. Ich hab aber auch irgendwas benutzt. Ja. Hast du zufälligerweise Nessus verwendet? Ne, ich hab's aller Dümste einfach benutzt. Ich hab Tita. Oh ne. Hehehe. Also da wollen wir nicht hier gehen. Ne, im ETC. Da sind wir auch nicht. Oder? Doch, das sind wir mal aller Meiste. Das ist, glaub ich, Erd. ETC? Erd, glaub ich. Echt, das sind wir am Meiste? Oh, wo ist das jetzt hier? Also ich hab am Meiste Tokens von denen. Was ist denn auf der Erde aus? Ja, da zum Beispiel die Schlucht, der Schlamm. Das war das, was es mal einfach die ganze Zeit war. Hehehe. Ich hab mein Wann auf Nessus gewiss. Au. Ja. Ja, wo ist das? Geld. Ja, es steht schon 260 auf. Ähm. Gibt's doch gar nicht. Ja, das da, warum dauert das so lang? War eigentlich nicht genug. Ich mein, du bist eigentlich grad nur so 260, oder? Das heißt, ich müsste doch locker nur noch 20 Stunden spielen, bis ich so weit bin. Ich bin so ein Typ, ja. Ich komm auch nicht her, weil ich... Was ist da? Oh nein. Da links irgendwo... ... ist ungeblich ins Sinn. Wenn es jetzt nicht schon verschwunden ist. Da ist er drühen. Dank deiner Tat. Ja. Das ist... Aua. Oh, Adi. Ich schaue ihn direkt vor dein Apparat. Zu dir, Beis. Das ist... Ich finde, du flach. Und da ohne. Da ohne ist es. Aber... Ich weiß nicht, wo... Das ist der Apparat, wo der steht. Das packt man zu zweit, oder? Ah, jo. Ins... Ins Loch schieß' es. Lock' es auf. Jo, es macht schade. Oh, jetzt fange ich zu fahren, das Event an. Oh, hallo! Du wärst nicht gelungen zum Überleben Ja, Gott sei Wollen ihn Oh, tschüss! Hoppla! Super! Ja, wenn du rufst, kannst du gerne mal einfach los Sollte ich vielleicht doch lieber durchgehen Achtung Dann gehen die unten auf das Unterseite Oh Wollwinkler hätte null Schaden gemacht Zumindest jetzt kriegt oben keinen Schaden Ja Wer sind dann ihr? Hä, haben wir es gepackt oder was? Nein, nein, die untere Klappen sind noch zu Wow Wo sind die untere Klappen? Ein zu! Ja, unsere Hälfte ist da Geht's jetzt auf? Ja, jetzt ist es auf Oh, ich hab auch voll rumgerödelt Das macht Schade, glaub ich noch Oh Ruhig Platz hat, wenn das Ding erholt Ja, aber jetzt kann man Schade machen Was ist das? Trinkl Krähe Da noch, oder? Aua! Ja, die explodieren Ich glaub ich mach geraden Ich mach eine Süppche Oh, ein Dempler Muss ich jetzt auf andere klicken? Geht's noch ansteifen? Lrate! Oh, das ist das Schade explodieren. Du musst ihn mit Fernkampf töten. Ich mach alles noch Schade da? Ich auch, ich auch, ich gasdruck. Ich glaub nicht, das ist nicht normal. Mich an sie. Hab ich nie den Guide richtig gelesen. Ich mach alles noch Schade da dran. Oh, jetzt was brennts wieder. Gab alles noch drum. Alter, ich hab geblieben. Gas, nebens, 71. Geht so, ja so, run and run. Oh fuck, ey. Geh dir wieder raus. Was mach ich denn jetzt? Schieß ich jetzt auf der Bus? Schieß aufs Loch. Aufs Loch, okay. BAM. Nur noch eine Minute. Oh oh. BAM. Ich wiederhole, nur noch eine Minute. Oh oh. Oh oh. Putzen einmal. Putzen einmal. Ich bin stuck. Ich bin einfach nicht. Hä? Machst du mir Logen? Ja, ich bin hinten stuck. Leider. Ich bin hinten abgeschlossen. Ja, hopp. Hängst du drin? Das war alles schon. Du, wie der andere nie ist noch geschossen. Du? Okay. Du musst ihn normal nicht, du musst außen rum. Ja, ey. Äh. Wie verbleiben wir denn jetzt? Kannst du mich mit dem Granatwurf einfach selber lassen. Ja, sehr schön. Wir haben eine Granate auf der Botte. Und jetzt? Jetzt, er tust du dich selber wieder beleben. Lass es noch mal keiner. Oder schick' wieder raus. Schick' den Tod den Text. Der Anstieg. Ja, ich sehe. Wenn wir nicht die Stadt wieder beleben, bleibst du direkt wieder hin. Nein, nimm den Link. Ist besser. Das ist jetzt auf dem Bild sogar, wo man hinschießen muss. Das sind die Erklärung für alle Dinge. Injection Rig heißt das oder was? Injection? Ja, Injection. Gucke ich mir das Video jetzt dazu auch. Das Video. Das ist ein Vier-Stieg. Haben wir Ends net Platz vielleicht? Hallo. Tree at the top. Oh. Ist die irgendwo nur Nego? Nein, nein. Sind es die Bestiege da? Pfff, keine Ahnung. Aber das stimmt n, Ends net Cut. Weißt das nicht wo du bist? Oh ja. Ah, da hinten hinten? Tjaja, komm. Da kann es da hinten bei der Simone. Ah, du ist ohne dann noch Renz. Oh, Hopp. Oh, Bernard. Ich glaube, du bist ein ganz unnerer Mann. Oh, wer ist das? Oh. Hm. Oh, Hopp. Oh, was will ich denn da machen, wenn es noch Schade kriegt? Oh, ich bin mal kurz fad. Oh. Ich bin selbst. So, quatre Startrand, das machen wir mal. THIS haben wir glaube ich schon nicht gemacht. Und da rechts, oder wie? Nein. Da rennst du in eine falsche Richtung, glaub ich, ja. Wenn wir da draußen an einem Stück bleiben wollen, dann müssen wir die Versorgung am Laufen halten. Ich stehe wie ein Bug. Bei Energiewaffe gehen die Nullkommanix kaputt. Oh, das ist du. Oh. Das wird gleich eine spannende Sache. Oh, das ist jetzt für ein Ding. Das gibt's hier, da gibt's hier, da gibt's hier, da gibt's hier, da gibt's hier. Ach so, da kommt der wahrscheinlich gleich, gleich landet da. Das haben wir noch nie gemacht, oder? Nein, noch nie. Das haben wir halt echt nicht. Wir haben geendet, verbleibende Sekunden fünf. Oh. 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 Oh, oh. 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 Wo ist denn der hin? Der wollt's allein machen. Der wollt's ja, wenn du nicht gar nicht machen würdest. Nein! Dann sollen sie mal ohne Waffen kämpfen. Fahrt jetzt. Ja, dann bricht das, äh, eng ran. Du brichst, äh, äh, Public Event in. 3 Minuten ungefähr. Ja, du gleich lieber gecharged. Ich hab's immer guter Loot. Was sag ich mal? Ja, da ist doch das blaue Event, wo so 3 Kichte sind. 4 Kichte sind immer noch. Wo siehst du das? Riggschlang auf Kabel. Dann kommt die Map. Ne, wird ein öffentliches Event. Steht davor. Das Rigg-Neu-Fans-Pazifik-Aus-Pologie. Mit N-30. Wenn man jetzt hier chargt, dann kommt der Boss. Nee, ist schon nett. Ah, ist schon nett. Ich hab nur... The Red War. Oder was? Ne, das blaue. Ich hab doch noch. Destinations. Muss ich auf, äh, der Globus wieder gehen raus? Die Erde? Einfach Land-Habtrigger. Hab ich gemacht. Bist du auf die Map? Ja. Da hab ich dann Sirens Watch, The Rig, und Salarium. Nix öffentliches Ding steht bevor. Ah. Renn du jetzt mal rüber. Irgendein Public Event halt. Komm mit, warte. Wo bist du? Ah. Renn du schon quer durch die Map. Hm. Darüber geht's gleich los. Oh, Alter. Du kommst schon mal hin. Ah, du musst über die Brick durchrennen. Ob er draufkommt jetzt gleich irgend der Boss? Ja. Findless ist in der Nähe. Oh. Perpeeter. Wo ist einer? Ja. Ja, das sind mehrere. Der Flagge. Noch annehmen. Der Wind. Du bist sauweit weg. Bei dir knapp wäre. Ja, vielleicht kriegst du trotzdem noch. Bei dir auch dunkel war gerade. Nein. Allahopp. Hochrangiges Ziel ist in der Nähe. Jetzt ist es dunkel. Ja, dann kriegst du auch, weil du hast gerade die Panzer, glaube ich. Oh, jetzt können wir uns nicht warpen. Oh, Alter. Das ist das aller dümmste. Kannst du dich nicht warpen? Weil das... Weil der quer... Ist man die blauen Dinger beschützt, oder? Wollen wir einfach nur zurückdogen? Nee, das sind... Du musst jetzt zwei so... Akkus stellen in den Leeren. Dann sind Gasraten ganz geil. Ah, kommt doch der Panzer. Auf mir ist das Ding geland. Ja, ich siehs. Aber die Schlucht. Siehst du es? Mhm. Uuuuuh. Kannst du einfach Wiedereinstieg machen. Wurst nix. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer... Oh. Du links. Halte die Augen offen. Oh shit. Ohhhh. Ich könnte so eine Akkusladung aufheben und ihn so ein Teil hinlegen. Oh, nee. Weißt du, hast du das markiert? Ich weiß nicht, wo es ist. Oh, nee. Ah, da ist es. Ich würde Knarre rausnehmen. Der verschwindet durch den Map, wenn es A ist. Was keiner mehr da tun kann. Verdammt, ja. Ein Glimmerbergbautrupp. Erledige sie. Oh, das ist doch ein Regenwerfer. Ah, der schießt schon. Ist er tot. Oh. Bei mir ruckelt es irgendwie plötzlich. Ich glaube, es ist schon eine Immunale Stadt. Vorhin hat es schon geruckelt wie ein Bock. Was für die Grafik hat er schon da? Felix, 1080. Ist das Problem? Es kann Sinn, dass es total leid ist. Ist ziemlich veraltet. Vielleicht soll ich mal 1080p probieren. Oh. Jawohl, easy boys. Mit Ruhe. Öffnen. Da ist jetzt überall Munition rum. Oh. Na ja, da hinten ist auch eine. Ah. Ah, das ist die Luft gemacht. Nei, Energie was. Wuckelt wie ein Bock. Wuckelt wie ein Bock. Oh. Oh, die ist geil. Da. Oh. Was. Ich werde mir jetzt glaube ich mal was selber machen. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht. Ich glaube Jonas will es definitiv fühlen. Oh, das wäre ein wükscher Haufen Glimmer. Halte sie fern, ich lapportiere ihn. So, wo ist die Picks? Ich habe schon einen Lauf, ich will die Picks an. Geil. Oh, hopp, lach da vor mein Gesicht. Bam, hopp. Hallo? Ja? Warum war ich nicht beleid? Oh. Äh, weil das Engie und ich müssen kurz... Da war der Halbkreis hier, ja? Wie er meint. Nicht vergessen, im Glimmerkreis stehe ich im Schlatterie. Manchmal habe ich den Bug, dass der Kreis bei mir nicht mehr groß ist. Oh, naja, das habe ich nicht. Das ist sehr selten. Mensch, aber ihr müsst auch etwas davon behalten, verstanden? Ja. Möchtbar? Ja. Statt, fast! Buh! 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 Igen. Buh! Herr Bock. Ja. Na, der Herr Bock ist weg. Ja, Alter, jetzt... Geh ich mal. Geh ich nie. Kurz was? Geh ich nie. Nur kurz was. Du kannst schon zu der. Ah, ne, ich muss sie nicht sehen. Ich dachte, ne, ich geh. Weil der Schlamm ist auch wieder da. Das ist einfach ein Elend, ist ja. Greis. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Kann ich ja mal auf Westen machen, wenn du weg bist, ey. Geil. Was war West? Ah, sag West. Hallo, ich bin rausgeschmissen, oder? Ja, hab dich rausgeschmissen. Wie lang ist es mit ihm? Hast du mich grad echt rausgeschmissen? Ah, jo. Du kannst ja selber, ey, du kannst ja nix machen. Hä? Ich versteh, was hast du jetzt grad gemacht? Ich bin aus dem Spiel gegangen. Weißchen, ich war grad am Event, flieg ich komplett raus ins Hauptmenü. Nur weil du geh ich. Hä? Wieso fliegst du raus? Keine Ahnung. Ja, das ist gut gemacht. Mache ich den Moment auch nicht. Hä? Du bist jetzt, du bist aus dem... Bist du dann quasi aus der Instanz geflocht, oder was? Ja, ich bin jetzt im Orbit. Durch alte 4 gedrückt, bin ich im Orbit. Hm. Hm. Ah, das ist schon... ...fantastisch. Der stellt nochmal Sonderlob an die Entwickler von Destiny 2. Weiter so. N4RF-TV hat sich gemutet, weil er grad nix machen kann. Da ist ein Spiegeladronne. Na ja, schneid XCOM. Er wird nicht widerstehen können, weil er sieht, jeder ist in Destiny und dann ist es Geld fort. Ah. Nö, er tut's dann aus. Trotz, einfach nix kommen. Oh. Limmerbergnau-Trupp. Erledige sie. Kurz wart. Sie machen sich auf den Weg woanders hin. Erledige sie. Es passt ein. Es fällt los. Der steht los, nachdem es auf dem Weg ist. Erledige sie. Nö! Erledige sie. Töne, das war. Erledige sie. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Was für ein hübscher Haufen Glimmer. Halte sie fern, ich teleportiere ihn. Das war's. 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 Vielen Dank. 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 Bleib wachsam. Wir sind wahrscheinlich nie so sicher, wie wir denken. Erwähne die Dunkelheit nicht. Ich will davon nichts wissen. Okay. Vielen Dank. 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 Oh. Okay. 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 Spassion Ich bin nicht mehr davon, nein, nein, nein Boah, ich werd ja endlich mal wieder zu hoch geraden. Das ist voll gut. Kein Wunder, dass wir die Quelle nicht finden können. Devrin, hast du immer noch ihr Signal? Kein Glück. Müssen sie da unten verloren haben. Mehr Informationen auf die Möglichkeit zu steifern und dann komme einfach zu verbessern. Wir können nicht mehr Karma sein. Dahinimento ist die mechanical. Das ist doch immer. Ja. Dann. 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 Das ist ein Echolrad. Schön, wieder deine Stimme zu hören. Was habt ihr gefunden? Ich bin nicht sicher. So eine Art Maschine. Sie verbessert irgendwie ihren Ad. Ist da noch falsch? Doch. Ah, der direkte Ansatz. Solange das bedeutet, dass sie nicht mehr von diesem Zeug herstellen können, habe ich nichts dagegen. Aber die Gefallenen sind einfallsreich. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss darüber meditieren, wie wir diese Krise beenden können. Sie hat immer das große Ganze vor Augen. Kehr zurück zur Kirche, dann planen wir unseren nächsten Schritt. Kehr zurück. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.